Kölnflip mäßig. Herzlich willkommen meine Freunde. Zurück zu Among Us. Leon, Lexi, Monty, Saibo und Conny sind dabei. Ich muss hier gleich hin. Ist mir gerade aufgefallen. Ich muss hier hin. Und etwas downloaden. Leute. Da da da. Ich hab diesen Party außerdem am 26. September aufgenommen. Ich bin gespannt, wann er kommt, Leute. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Bitte, Conny, ja? Schreibt mir es bitte. Wenn dieser Party gekommen ist. Na, wo lag er denn oben? Oh, meine Freunde. Was? Ja, okay. Ja, okay. Ich bin sehr motiviert, weil bei dem Markt ein O2. Tanker ist da auch überall rumgelaufen. Hat er rechts und ich bin auch da rumgelaufen. hinter rechts und ich bin nach unten gegangen und da habe ich gerade, gerade, ich glaube, Conny im Incheats gesetzt. Kann ich kurz, kann ich kurz reden? Wer hat das Licht angemacht? Kann ich kurz reden? Kann ich kurz reden? Warte, wer hat das Licht angemacht? Granger. Granger hat das Licht angemacht. Nee, hab ich nicht. Nicht? Nee, ich war da noch gar nicht drin. Hat irgendwann von euch an... Ja, ich hab's nicht angemacht. Ja, ich hab's angemacht. Ich hab nicht da gekämpft. Hä? Warte, ich kann jetzt nicht das Erste, dass ihr Conny entschließt. Ja, für mich ist die Sache sowieso klar. Soll ich euch sagen, das war... Erzähl, erzähl. Also, meine Freunde. Ich war in Navigation. Ja, das hab ich gesehen. Was weiß ich gemacht. Mein, ihr, dieses Schiff hier steuern. Ja. So. Gehe ihr dann raus? Von unten kommt Lexi. So, ich bin mal eben auf Toilette, Leute. Von unten kommt Lexi. Ja, da war's das To. Da hab ich auch gesehen. Achso, ja, ich bin nochmal hochgegangen, weil, weil ich nachgucken wollte, ob Fibi... In O2 steht gerade Föber, rennt raus, sieht mich, rennt zurück und reportet die Eich. Ja, das ist echt. Drei mit Anlage und... Was tun? Anlage, geh mal gucken. Was, da Moritz jetzt? Moritz war... Moritz. Ich hab doch Moritz doch geschickt. Nein, Moritz macht die Mute-Takt. Scheiße, Moritz. Mh, hh, 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 hh. Nein, ja, Mute-Takt. Moritz macht die AfKa. Gehör Noah dazu, Noah macht mit, oder? Ja, klar, klar, klar. Ich ruf ihn mal. Halli, hallo. Hallo. Küchen. Ähm, macht Simon auch nur mit? Ich bin nicht weg. Wo, Tag? Granger. Was? Ich bin nicht weg. Was? Warum? Weil ich... keine Lust habe, wer. Generell. Das fülle nach 10? Ja, ich benutzen. Ja, ich war halt 6 Stunden arbeiten, Mann. Nein, 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 das war nicht so. Du gehst schon, sondern du warst. Okay. Was war's für viermal. Oh, weil ich nicht weiß, wer neben mir steht, Alter. Digga, warum, wie der auf 2 zurück und erkämpft denn das Licht? Ja, ich dachte mir das schon. Warum kämpft denn das Licht? Also hatte ich die richtige Intuition, nochmal nach oben zu gehen und zu gucken, ob ihr euch abgeschlachtet habt. Nur, dass ihr euch nicht gegenseitig abschlachtet, sondern den Arm. Und dass der arme Feenrich eins geschlachtet hat. Irgendwie hat Marco keine Lust mehr. Nein, ich hätte keine Lust mehr. Und jetzt geht's rein. Oh. Oh. Ja, komm. Ähm. Wer war's? Ich weiß nicht, wer mit meinem Support aufgeht. Ich weiß nicht. Nein, das war jetzt so. Wir bringen uns für Marco und... Ja, pass auf, ich move euch sogar. Ich bin sehr verwirrt. Für uns. Marco haut ab. Du auch, oder was? Nee, ich spiel alleine. Pass alleine. Na, das ist ja für dich tun. Ciao, Leute. Ciao, Dori. Tschüss. Alles klar. Dann sind wir jetzt fünf Leute. Okay. Okay. Erstens der... ...voll kommt. Ja, hab ich dir geschickt eigentlich. Auf der CS. Hey, wake up. Hm. Dann hab ich denn jetzt hier eine Spamblocker Nachricht bekommen. Ja. Ja, weil Leon komisches. So. Ich hab ihn gar nicht angespampt. Oh. Why you do this? Moray. Because I'm funny. Dude. Leute, wisst ihr was traurig ist? Europäischen Server, oder? Ja. Ja, europäische. Ja. Ja. Seh ich auch so. Äh, wo bin ich hier? Okay, ja. Hm. Mann, ich weiß nicht, was ich mir anziehen soll, Leon. Ich auch nicht. Da ist kein... Nichts rotes ist dabei. Ich bin jetzt einfach der Bär. Der Bär. Da muss ich doch nochmal ein Foto machen, oder was? Hm. Entschalde dich mal. Nee. Was mach ich dir? Wie muss er denn? Achso. Oh. Ein weißer Werner. Ein Loa, kannst du jetzt hier reinkommen, oder wie? Du musst es ganz oft probieren. Du bist jetzt irgendwie ein Old Red Chicken aus dem Sonnachemper. Okay. Das ist komisch. Und das ist für sie offen.